Oh, was bist du das, Alter? Ein Igel! Ich sehe ja nichts mehr. 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 Oh, mein Gott. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, hau ab. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, Großer! Was wär das? Was fertig ist? Hehehe, was ist das denn fertig? Der Großteil seines Lebens ist weg. Der Großteil seines Lebens ist weg. Komm ich aber nicht dorthin. Ich würde mich doch mit einem Schlag erledigen. Der großartig. Da kommen, Großer. Nein, verfehlt. Komm, ich muss nur noch einmal treffen. Wenn er kein Großer mehr kommt, dann kann ich ja jetzt berät es doch rein. Na komm, na komm. Ich sollte mich heilen gehen. Ach, wenn ich denn hochkomme. Falsche Kaste. Nein, komm schon. Ja, toll. Ach komm, schau. Jetzt müsste ich da aber hochkommen. Ja. Ich werde mal heilen und dann können wir ja theoretisch weiter. Ich werde mal heilen und dann können wir ja theoretisch weiter. Ich werde mal heilen und dann können wir ja theoretisch weiter. Ja. 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 Ich werde mal heilen und dann können wir ja auch noch einmal hochgehen. Ich glaube nicht, dass wir uns an dem Feuerchen essen machen können. Und dann sehen wir, dass wir gerade Tag oder Nacht haben. Jetzt sehen wir... gerade Tag oder Nacht. Fuck! Hervorragend! Wir müssen uns keine Sorgen um irgendwelche Gegner machen. Hallo! Wir können uns nur zwei machen, aber das ist ja schon was. Ja, davon haben wir übrigens auch nur ein paar. So, wir gehen nochmal rüber. Wir gehen jetzt erst... Mal gucken, was in die Richtung noch ist. Wir kommen wieder in die Hose oder in die Hülle gehen. Wir kommen wieder in die Hose oder in die Hose oder in die Hose. Da geht's sehr tief runter. Was machen wir denn? Und bevor wir der netten Person jetzt weiterhelfen, gehen wir mal gucken, was hier noch so ist. Jetzt. Oh! Wolle! Oh! 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 Rob! Oh, thank you. Ich weiß, ob ich das so gut heißen soll. Ich höre schon jemanden singen. Ich höre schon jemanden singen. Ich gehe jetzt wieder ziemlich darunter. Huch, was war das? Okay, das ist mir nicht geheuer. Vielleicht sollten wir doch den Weg drüber gehen. Ach, Männer. Ja, komm, geh weg. Ja, alle auf mich los. Kommt schon. Ich bin manchmal im Hoch. Na, Patsi. Lange ich mal gesehen, hör. Ja, ja. Okay. 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 вот... Okay. Okay. Okay, cool. ich habe gerne mitnehmen natürlich wir wollten dann noch ein bisschen mehr Essen dringend. Gucken mal, wie viel das gleich macht. Doch. Ja. So, das muss reichen. Wir hatten irgendwo noch den Klappstühle. Ich ziehe den hier oben hin. Gucken. Du ist nicht in die Klappstühle. Ja. Katz, ich lieb Katzi. Die zweite Tür brauchen wir noch. Mal gucken, was man hier sagt. Ich glaube, die sind fertig. Drei Tag nach, so schön aus der Tür brave. Sertig ist, dass der Tür mit dener Türke, der für den Handbüren wird. Der Tür übernimmt das, nachcasekabieren. Und da, das ist ein Schatten. Ich bin nicht erstreckend, der letztendlich wurde es aus. So. Damit finden wir dann... ...wär mal wieder ein tolles Erlebnis. Ich denke, wir gucken. Vielleicht... ...kommt's nach der Winterpause wieder. Vielleicht aber auch erst... äh... ...irgendwann im Diktum. Oder danach später. Bis jetzt sehen. Seine hat mich sehr gefreut und wir sehen uns dann beim nächsten. Auf Wiedersehen!